Was geht Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, diesmal mit District 187 und ich zocke wie so oft zusammen mit meinem Kumpel Dennis. Adi hallo. Es geht, ja, wir werden erstmal ein schönes 1 gegen 1 zocken, um uns in das Spiel reinzufinden. Ja, 187, ganz einfaches PvP-Ballerspiel a la Counter-Strike, free to play online. Ja, aber leider pay to win, das heißt, wenn wir nachher in die Lobbys reinkommen, werden wir ein bisschen vernichtet werden wahrscheinlich, wegen Freaks und so, mal gucken. Ja, also der erste Eindruck ist schon mal nicht allzu schlecht, es geht so, die Oberfläche ist halt, ja, es ist halt ein normales kostenloses Online-Spiel, ne, also man darf nicht so viel erwarten. Wir werden einfach mal reinschauen und ihr könnt natürlich zuschauen. Du rückst du start? Du rückst du start, okay. Bereite dich vor, vernichtet zu werden. Jetzt so schöne Durchschladegeräusche macht denn das. Klack, 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 klack. Ja, jetzt bild dir mal nichts drauf ein, du bist auf jeden Fall schon tot, quasi, ne? Öh, nee. Hast du ja eben gesehen. Ja, Junge, wir hatten eben keinen kurzen Testdurchlauf und meine Settings haben nicht funktioniert. Und er ist jetzt stolz darauf, mich getötet zu haben, obwohl ich, ja, ja, das hast du fein gemacht. Nein, klar, Schatz. Die Map ist ziemlich groß. Ja, für 1 gegen 1 ist die definitiv ein wenig zu geräumig, finde ich. Aber hilft dir nichts. Du musst vernichtet werden. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ah, das ist eine Bremskraft. Ja, das ist eine festliche Stimmung hier. Ja, man merkt die. Was ist das? Die Stimmung ist am Kochen, am Knistern. Oh, das sprüht Funken. Okay, es fackt mich gerade ein bisschen ab, dass ich echt keinen Dunst habe, wo du bist. Ne, das gleiche. Aber ich habe ja noch nicht alles erkundet, muss ich sagen. Oh, ich bin schon ein bisschen rumgekommen hier. Weißer, ich komme immer rum. Gucken wir mal alles an. Wie eine Taschenmuschi. Scheiße. Ich würde sagen, du wurdest vernichtet. Ich war so, ich wurde gerade etwas überrascht. Ich habe, wie ehrlich gesagt, gar nicht mit dir hier gerechnet. Ja, ich komme auf die Waffe gerade nicht so wirklich klar. Die fahrzieht voll. Die schießen auch wie so Laserpistolen. Also, weil ich habe halt auch... Ja, ich habe halt aber auch einen Silencer drauf, was irgendwie total unnötig ist. Und ich habe auch anzoomt geschossen. Ja, ich habe zuerst anzoomt geschossen und dann rangezoomt. Ja, ich habe auch noch nicht mit dir gerechnet. Vielen Dank. Ja, mein Ingame-Sound ist vielleicht ein bisschen leise. Ich muss ihn gleich mal hochstellen. Ich kann einfach nicht hören, wenn sich jemand nähert. Obwohl, da war es gerade wieder nicht so leise. Also irgendwie ist das Game komisch von der Soundqualität her. Ich werde mir das nachher mal im Video angucken. Aber irgendwie hört sich das mega leise an. Also bei mir geht es eigentlich. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Das Problem ist noch. Ich höre meine eigenen Schritte einfach nicht. Boah, die verzieht so krass. Boah, okay. Das war ein Fail. Scheiße. Shit happens, Peter. Ja, Junge, hör mal. Wie tanzt man da von der Flinte rum? Krass. Überraschung. Ich habe gerade mit dir auch wieder hier gar nicht gerechnet. Aber gut, ich meine, hier muss man eigentlich immer und überall mit irgendwem rechnen. Auch wenn es nur ein Mensch ist, der hier mit drauf ist. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Visier zu schießen ist total kacke. Ja, das ist mir gerade immer auch aufgefallen. Das ist einfach aus dem Grund, weil das einfach nichts siehst, wenn das Visier so rumschlackert. Ja. Weißt du? In der Tat. In der Tat. Der Appetit dazu beiträgt die Wachstumspanne. Oh. Oh. Warte, ich kann mit dem Ding nicht schießen, wenn das so verzieht, Junge. Ich muss jetzt Einzelschuss abgeben. Voll räudig. Ja, Feuerstöße. Nicht reinhauen, Peter. Ach, was, Junge? Ich holze raus, den Scheiß. Kostet nur Munitionen, da muss man rausholzen. Wenn ich für den Scheiß bezahlen müsste, würde ich... Mein Silencer fackt mich irgendwie ab. Kann man den nicht irgendwie wieder abdrehen? In-Game, glaube ich nicht. Muss dann nachher, glaube ich, machen. Aber mir fällt gerade ein, ich habe keine Ahnung, wie viel Runden ich eingestellt habe, beziehungsweise wie oft du sterben musst, damit ich gewinne. Krass. Hatchat. Sagt er bei mir so, I teach you what's real. Cool. Wir haben uns bis jetzt immer abgewechselt. Scheiße. Und wir behalten das tatsächlich bei. Okay, das ist die längste Art, ein Eins-gegen-eins zu spielen, wenn man die Kills immer abwechselt. So. Aber ich glaube, ich habe das Maximum auf eine halbe Stunde gestellt, von daher. Läuft. Das Marazin ist echt mega schalz-einatrisier. Peter, versteckst du dich von mir, oder was? Was ist da los? Hm. Was ist da los, Peter? Komm doch. Ich komme, wann ich will. Das wissen alle Frauen. Ach, scheiße. Ich hatte auch kein Leben mehr. Fuck. Was hast du eigentlich für einen scheiß Helm an? Ist cool, oder? Hat dir jetzt schon mal jemand gesagt, dass du scheiße aussiehst? So ein Wikinger-Helm. Fand ich voll cool. Habe ich mir direkt geholt. Gab es aber für deine nicht... Doch, da gab es einen roten. Genau. Ich habe mir voll Angst, Alter. Bei 1 gegen 1. Das ist immer richtig krass. Richtig nervenflattern. Ach, krass. Headshot. Junge. Du bist so hässlich. Ich wollte dir auf die Beine schießen. Das hatte ich so eine Idee. Ich dachte, du gehst einmal ganz rum. Aber du bist nur kurz dahinter. Mist, Mist. Ah, du hast ja Spawnschutz. Scheiße. Nein, nein, nein. Schnell, weg hier, Junge. Ich sollte vielleicht nicht in deinen Spawn reinlaufen. Ah, fuck. Ja, komm, leck mich, Alter. Ja, du. Ich meine, das war ja jetzt auch einfach. Das war dämlich, ja. Ich kann eine Wachsensäure aufnehmen, glaube ich. 4 zu 5, fuck. Leck mich doch. Ja, du kannst die Waffen wechseln. Hör mal nicht sowieso dieselbe Waffe. Ich weiß nicht. Wie langweilig. Aber meine sieht geiler aus. Nein. Ja, doch. Was hat man für einen scheiß Geschmack? Ich habe einfach eine fette Taschenlampe drauf. Was? Alter, wieso kannst du durch die Wand schießen? Willst du mich verarschen? Ich habe nicht durch die Wand. Ich stand direkt daneben. Ich habe dich auch gesehen. Ey, ich habe dich nicht gesehen. Das ist das Ding. Ja, ich bin noch von der anderen Seite gekommen. Seitenwechsel, Peter. Ah, fuck you. Ja, was ist los, Mann? 4 zu 6. Wenn ich jetzt abkacke, dann heule ich gleich. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Yeah. Meine Freunde denken an mich. Ach, fuck dich doch, du Arsch. Boah. Aber getroffen habe ich dich noch. Ja, dreimal in Folge, Alter. Jetzt langsam. Komme ich hin schwitzen. Ich hätte niemals so lange Xbox zocken dürfen. Tja. C'est la vie. Man lernt das ziemlich schnell, ne? Mit den Tasten drücken. Das ist richtig krass. Ach, wie immer diese Suche, ne? Wir laufen bestimmt die ganze Zeit im Kreis. Oh, krass. Hier war ich noch gar nicht. Was ist das denn, Alter? Ich höre dich. Das ist ein schlechtes Zeichen. Du bist halt im Bad, ne? Habe ich dich gefickt, Alter. Scheiße. Ich habe doch noch eine Granate hingeworfen, die scheint nach dem Tod nicht zu explodieren. War das krass, Alter. Einmal runter und ein Headshot. Ja, ich hatte nur noch 12 HP. Fuck. Scheiß Spawncamper. Haas, das ist mein Spawn, du Wichse. Das hier ist dein Spawn? Ja, klar. Ich bin noch gerade gestorben, du Held. Ich dachte, die Spawns sind immer unterschiedlich. Ne, ne. Wir haben jeweils einspawned. Deswegen haben wir auch Spawnschutz. Hä? Kannst du hier sterben oder nicht? Hast du hier abgezogen bekommen? Ja, ja. Ich habe nur noch 67. Ja, okay. Ich schieße einfach unglaublich schlecht. Nein, Junge. Ich geh back here. Das Beste, wo gibt's. Meine Maus bringt schon wieder, das ist ein schlechtes Zeichen. Willst du kurz Pause machen und Batterien wechseln? Ja. Du kannst ja gleich galant einen Cut einbauen. Ich bleib auf jeden Fall dort, wo ich gerade bin. Keine Sorge. Ach, das war, das sind zwei Sekunden Akkuwechselaktion. Brauche ich keinen Cut für, der Cut dauert länger als hier. Das ist ein Mauswechsel im Wunder, aber da bin ich ja wieder. Also du darfst dich wieder bewegen? Nein. Nein. Das habe ich verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, du bist noch hinter der Säule, weißt du? Aber warst du schon längst woanders. Boah, das habe ich nicht mal gar nicht gesehen, Alter. Du führst immer noch, du Wichser. Was die Figuren hier für eine Scheiße labern am Anfang. Ja, das hat meiner Sache gerade gesagt. Wenn er nachlädt, hat er gesagt, day in, day out. Aber das Game macht schon Fun. Ja, das ist schon ganz lustig, muss man sagen. Hat also gleich einen Counter-Strike-Charakter, ne? Ja, das hat einfach einen Shooter wie jeder andere auch, aber... Die Geräusche, Junge. Junge! Krass, Alter. Ich habe einfach ultra hart an dir vorbeigeschossen. Und dann kommst du wieder rein und dann passiert genau dasselbe. Und du bist mir einfach genau in meinen Schuss gelaufen. Ich habe so viel in dich reingeholzt. Du hast mich nicht einmal getroffen, Alter. Was? Bei mir ist das Blut richtig gespritzt? Echt nicht, ich habe nur 76. Das ist voll die Verarsche. Alter, von wo, Junge? Hä? Ich bin von oben rausgesprungen. Du hast viel zu spät gecheckt, dass ich oben war. Ja, ich habe dich einfach nicht gesehen. Scheiße, Junge. Muss das denn sein? Hä, wieso habe ich keinen Spawn-Shots? Willst du mich verarschen? Der geht nur 5 Sekunden. Was denkst du? Ich dachte, du kannst mich in dem Bereich nicht töten. Nein, der ist nur so lange du... Boah, ach. Alter, warum spawst du denn auch direkt hinter mir? Ah, coole Aktion. Ich habe jetzt die Rache dafür, dass du in einem Spawn rumläufst. Nee, pff. Was kann ich denn dafür? Bille Bolle. Ich habe mich ja sogar noch gekillt, nachdem du gespawnt wirst. Trotz seinem komischen Spawn-Schutz hier. Alter, ich habe dir doch 10 Headshots gegeben. Ja, so ging es mir eben auch. Ich habe noch 49, weißt du? Zieht aber ordentlich. Ja, okay. Hilft dir alles nix. Ich stelle mal kurz meinen Sound höher. Audio. Okay, schon besser. Jetzt kann ich, glaube ich, auch laufen hören. Scheiß Camper, Junge. Fack mich doch nicht ab. Das war kein Camp. Ich war da nur durch Zufall gerade. Das denkst du. Ja, du hockst da in der Ecke und guckst schon so rum. Ich habe da nur mich kurz hingehockt. Auf einmal höre ich dich. Und dann habe ich da natürlich gechillt. Ja. 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 Okay. Ich habe immer so den Reflex alt zu drücken, um mich umzuschauen, weißt du? Das Schlimmste ist, wenn du Battlefield auf der Xbox zockst, dann kannst du ja Select drücken, um Spieler zu markieren, feindliche Spieler. Und seitdem habe ich einfach in allen Spielen auf der Xbox immer nur Select gedrückt, um zu gucken, ob da irgendwer ist, weißt du? Das heißt, mein Daumen war quasi schon am Bluten und es hat einfach nichts ge... Boah, Junge. Krass, das war echt unverschämt. Keine Chance. Ja, anscheinend nicht. Keine Chance. Ja, ich habe auch die falschen Schuhe an. Tja, wir haben Laufschuhe besser gewesen, ich weiß nicht, was du an hast. Ballerinas. Hast du mich umgebracht? Ne, die Zeit war um. Achso, naja krass. Ja, der über alles strahlende Sieger ist, wie ihr jetzt in diesem Moment sehen könnt. Ja, super. Ich? Meine Figur strahlt aber auch mit einem Smiley. Ja, wie wäre es mit einer anderen Map und nochmal ein 1 gegen 1 und dann zocken wir mal gegen ein paar Loops, oder? Alles klar und dann muss ich aber nur kurz eine neue Lobby aufmachen, weil diese Lobby ja gerade irgendwie, obwohl ich es erstellt habe, für mich gesperrt ist. Ich kann aber auch neu machen. Ja, kannst du? Ich habe doch die Room-Settings jetzt. Ja, dann mach. Stimmt, habe ich vergessen. Private. Passwort. Play with. The room is full. Warum ist der Raum voll, willst du mich verarschen? Ist da jemand drin bei dir? Ne, ich habe hier private gemacht. Ja, ja, aber dann kann ich hier als Freund trotzdem joinen. Was haben wir denn hier, oder? Er hat schon viele Maps, muss ich sagen. SS Stäuben. Mit dem Boot? Was ist mit dem Boot? Ne, das ist so eine kleine Map, ich finde. Ah, jetzt bin ich drin. Hoden war das Tower, habe ich... Äh, das Tower des... Hoden? Hoden war das Passwort, habe ich dir gesagt. Kommen wir, hier, ist ja Samstag, ne? Ja. Und wir Spastis hängen jetzt gerade zu Hause. Zocken. Wie ist das hässliche Game. Ach, Alter, es gibt schlimmere Zeitvertreter. Und sind da ein bisschen in der Dizze, weißt du? Wer ist da? Ah, ja, krass. Samstagabend, schön gechillt. Weiber eingeladen, keiner ist gekommen. Scheiße. Was bleibt uns übrig? Dann malern wir ein bisschen rum. Ja, würde ich sagen. Erstmal Einrichtungen zerstören, ne? Richtig. Please click. F5. Press F5. Was machst du da, Peter? Oh, sorry. Ich will dich nicht in meinem Team. Wieso nicht? Ich hasse dich. Go for it. F5. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Waffe ausgewählt habe. Musste ich das jetzt wieder machen? Ne, ne? Ne, ne. Die bleibt jetzt drin im Inventar. Oh, geil. Hier, Messerrunde. Ne, ich treff dich auf der Tanzfläche, Peter. Mit dem Messer. Komm her, Alter. Stell dich ab. Richtig Türken-Style. Kann man sich hier. Komm her, Alter. Sprünge mal ein bisschen. Sprünge mal ein bisschen. Die Frage, was dir schneller im Haus? Boah, treffe ich mich. Du hast mir nix abgezogen, Junge. Ne, ne, ich habe Rechtsklick gedrückt. Guck mal Rechtsklick. Guck mal jetzt. Krass. Ja, geil. Das habe ich die ganze Zeit probiert, weißt du? Haben wir jetzt keine Waffen, oder was? Ne, wir können auch nicht springen. Ich kann nicht springen. Das ist ein verkackter Messerrunde. Oh, hast du mich umgebracht? Ja, ich habe mit Rechtsklick gemacht. So Arschloch. Ich wollte gerade auch noch mit Rechtsklick. Richtig hart in den Rücken gestochen gerade. Komm auf die Tanzfläche, Mann. Du hast meine Freundin angemacht. Ich stech dich ab, Peter. Wie? Du guckst meine Freundin an. Findest du meine Freundin herzlich, oder was? Ne. Den Türkenfrau versaut, Alter. Junge, pack mich nicht an, Alter. Schicke deine Mutter. Schicke dein Leben. Junge. Ey, meine Maus ist zu schnell für dieses Spiel. Zack, zack, Junge. Einmal bewegt. 360 Grad. I came back here. I came back here. Ganz genau. Ach, scheiße. Ah, immer daneben, Junge. Ich werde auch diesen verdammten Rechtsklick machen. Ist das hier eine reine Messer-Map, oder was ist hier los? Ja, anscheinend schon. Ist doch voll lahm. Hast du das eingestellt? Ich hatte noch neun. Ja, komm mal. Ich würde mal sagen, wir exilten mal gerade. Komm mal runter, Peter. Ja, Mann. Ich hab gewonnen. Ich bin der Große. Ich bin der Große. Hahaha.